Jetzt installieren wir DietPi auf unserem eWOW Mini-PC. Hi, ich bin Holger vom LoginTechBlog und im letzten Video habe ich hier dieses kleine Ding hier kurz vorgestellt. Ich installiere jetzt DietPi drauf. DietPi ist eine Linux-Distribution für den Raspberry Pi, aber auch für einen normalen PC. Das heißt, egal was du für eine Plattform hast, ob das jetzt eine ARM-CPU auf einem Single-Board-Computer wie ein Raspberry Pi ist oder auf einem kleinen PC, kannst du DietPi installieren. Du hast natürlich den ganzen Komfort mit dem Software-Repository und so weiter. Da habe ich ja schon einige Videos zu gemacht. Verlinke ich dir mal hier irgendwo oben. Kannst du dir mal anschauen. DietPi ist relativ fix hier installiert. Du brauchst nur diesen Rechner, du brauchst einen USB-Stick und entsprechend ein bisschen Software. Alle Links und so weiter habe ich dir hier unten reingepackt. Und DietPi, meine favorisierte Linux-Distribution, läuft hier natürlich super gut. Das ist auch ein System und Chip. Atom-CPU E3950, maximal 2 GHz, 8 GB Speicher, 128 GB SSD, bla bla bla. Wenn du genau was wissen willst, schau dir das andere Video, was ich eben gerade gemacht habe, an. Und wir legen einfach mal mit der Installation los. Geht ganz schnell, ganz einfach, Schritt für Schritt. Viel Spaß dabei. Für die DietPi-Installation benötigen wir das DietPi-Installations-Image. Du gehst auf DietPi.com, klickst auf Download, wählst PC-VM aus und gehst auf Native PC UEFI. Wir haben ja eine UEFI-Bios und brauchen entsprechend dieses Installations-Image. Du klickst auf Installer und dann lädt er das herunter. Ich habe das schon mal vorbereitet. Ich öffne mal meinen Browser hier, meinen Explorer und habe hier entsprechend den UEFI-Installer. Den packe ich aus, einfach mit einem Doppelklick. Wenn du Windows benutzt, brauchst du den 7-Zip. Das ist 7-Zip gepackt. Den 7-Zip-Link schicke ich dir unten in die Videobeschreibung. Kannst du kostenlos runterladen. Das ist ein kleines Tool zum Entpacken. Gut, dann haben wir jetzt hier das ISO und ich öffne mal meinen Pi-Imager. Du kannst natürlich auch den ganz normalen Balena-Edger nehmen. Ich gehe auf eigenes Image und wähle dieses ISO-Image aus. Open. Dann meine SD-Karte. Das ist hier mein Kingston Traveller. Und drücke auf Schreiben und schreibe jetzt den Inhalt auf den USB-Stick. Das dauert einen kleinen Moment. Der Schreibvorgang ist nun abgeschlossen. Ich habe den neuen Mini-PC schon gestartet und schalte mal auf die Konsole um. Der Rechner hat jetzt hier schon in Windows gebootet und ich klicke hier unten rechts drauf und sage Neustart. Nach dem Neustart, wenn die BIOS-Meldung erscheint, musst du einfach auf die Escape-Taste drücken und dann kommen wir ins BIOS. So, das mache ich jetzt gerade mal. Sekunde. Und jetzt drücke ich die Escape-Taste und ich lande im BIOS. Dann gehst du hier ganz rechts rüber auf Save and Exit und hier unten kannst du sagen Boot Override. Und standardmäßig bootet er von dem Windows und du kannst jetzt hier dein UEFI, Kingston Data, Traveller oder was auch immer du für einen Stick drin stecken hast, draufdrücken. Und dann bootet er von diesem Stick. Und das mache ich jetzt mal. Und schon lande ich in dem DietPi-Installer. Ich wähle ganz oben Install DietPi aus. Drücke Enter. Und schon geht die Installation los. Dauert einen kleinen Moment. Das File-System wird nun erstellt. Und wir warten mal auf die entsprechende Platte. So, da wird sie angezeigt. Das ist die Platte, die in diesem Mini-PC eingebaut ist. Es ist eine M.2-SSD. Und die wähle ich aus. Bestätige das mit OK bzw. Enter. Und jetzt werden die Daten auf diese Festplatte draufgeschrieben und die Partition erstellt und so weiter. Das dauert einen kleinen Moment und dann schauen wir mal, dass er in die entsprechende Installation von DietPi bootet. Nach der Installation wurde der Rechner ausgeschaltet. Ich habe den USB-Stick herausgezogen und schalte ihn jetzt gerade mal wieder an. Sekunde. So. Und dann schauen wir, was jetzt passiert. Okay, ich bekomme ein Boot-Screen und er lädt entsprechend hier meinen Linux, meinen DietPi. Okay, das dauert einen kleinen Moment und dann sollten wir hier ganz normal in den Installer kommen. Okay, jetzt bringt er hier ein Failed. Was ist da los? Okay, keine Ahnung. Ich habe den mit einem Kabel angeschlossen, entsprechend an mein Ethernet, weil WLAN haben wir ja noch nicht konfiguriert. Ich empfehle dir bei der Installation das Ganze über ein Kabel durchzuführen. Ich drücke mal Enter, anmelden, tue ich mich mit Root. Und dem Kennwort DietPi. Okay, jetzt akzeptiere ich die Lizenz. Und jetzt kommen wir ganz normal in diesen Installationsprozess. Da habe ich ja schon einige Videos zu gemacht. Der ist eigentlich immer gleich, egal ob du das auf einem Raspberry Pi installierst oder auf einem PC oder einer virtuellen Maschine. Ich verlinke dir hier oben rechts mal die Grundkonfiguration. Ich fülle die jetzt durch und dann schauen wir uns das Endergebnis an. Die Grundkonfiguration ist nun abgeschlossen. Ich boote das kleine Teil nochmal neu und wir kommen dann in unsere DietPi-Installation herein. Und dann entsteht uns natürlich die ganze Welt von DietPi zur Verfügung, sprich die ganzen Software-Images und so weiter. Er bringt hier eine Meldung und irgendwas gefällt ihm da nicht. Ich glaube, das liegt irgendwie am Audiotreiber. Das muss ich mir im Detail nochmal anschauen. Ist aber jetzt hier für meine Server-Installation eher nicht relevant. Ich melde mich mal an mit meinem neuen Kennwort und meinem Passwort. So, jetzt bin ich hier drin und kann mit DietPi-Software, das kennst du ja schon aus meinen Videos, entsprechend hier die ganze Software-Palette auswählen und kann das installieren. Genauso wie auf einem Raspberry Pi funktioniert das hier natürlich auch auf einem Intel-Rechner. Und in meinem nächsten Video möchte ich dir gerne zeigen, wie du anstelle von DietPi Proxmox installieren kannst. Die Atom-CPU hat die Virtualisierungsunterstützung von Intel integriert. Deshalb habe ich auch diesen gewählt. Und somit steht dir auch in Sachen Proxmox nichts mehr im Wege. Und das schauen wir uns jetzt gleich mal an. Ich danke dir für die Aufmerksamkeit. Wenn das hilfreich war, lass mir einfach einen Daumen nach oben da und schau dir einfach das nächste Video an. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bleib gesund. Bis dahin. Ciao, ciao.